Hallo meine Lieben und herzlich willkommen hier zu einem weiteren Legion Haustierkampfguide. Diesmal geht es um die Großmeisterin Amalia. Diese findet ihr in Dalaran auf dem Turnierplatz. Amalia verwendet drei Haustiere von Typ Wildtier. Wir werden gegen diese drei nur ein mechanisches Haustier einsetzen, und zwar den versöhnlichen Weltenzerstörer, mit den Fähigkeiten Reparieren und Erdbeben. Herstellen kann dies zum Beispiel ein Inji, aber auch im Auktionshaus kann man ihn oft anfinden. Alternativ Haustier wäre hier der Westentaschnäscher. Und dann benötigen wir nur noch ein Level Haustier eurer Wahl. Es sollte aber von der Stufe 20 plus haben. Kommen wir dann einmal zum Kampfablauf. Als erstes schicken wir nun unser Level Haustier in den Kampf und passen hier erstmal. Danach wechseln wir auch gleich schon auf unseren Weltenzerstörer und beginnen mit der Fähigkeit Erdbeben. Die Attacke Erdbeben trifft auch jetzt nicht nur das aktive Gegnerhaustier, sondern auch die anderen zwei dahinter. Danach benutzen wir Reparieren und hallen uns erstmal in Ruhe hoch. Nun folgt wieder die Attacke Erdbeben und danach müssen wir erstmal jetzt zwei Runden abwarten und passen hier auch zweimal. Und danach setzen wir es ein letztes Mal ein und gewinnen den Kampf. Das Schöne ist, dass wir hier noch nicht mehr gegen die anderen zwei Gegner antreten müssen und so natürlich leichtes Spiel haben. Außerdem leveln wir auch noch mit dieser Taktik ein Haustier. Ich hoffe auf jeden Fall, der Guide hat euch jetzt ein wenig weitergeholfen. Und ich wünsche euch natürlich viel Spaß beim Kampf. Und ansonsten hören wir uns natürlich, wenn ihr es möchtet, zum nächsten Video wieder. Bye, bye! Bye, bye!